Das Konzept der Fuzzy Cultures umfasst ein offenes Kulturverständnis, das kulturelle Räume als dynamische Netzwerkstrukturen begreift. Die Grenzen von Kulturen und kollektiven Identitäten entsprechen demnach nicht den geografischen Grenzen der jeweiligen Länder. Stattdessen ist jedes Individuum Mitglied in verschiedenen Kollektiven, die alle stetigen Veränderungsprozessen unterworfen sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Kollektive bilden also ein mehrschichtiges kulturelles Netzwerk. Aus diesem Grund können sich die Mitglieder einer größeren Gruppe trotz gleicher Kultur erheblich voneinander unterscheiden.